Hallo und herzlich willkommen hier beim Wetter von Wetter.net. Ja, wie erwartet ist im Süden Deutschlands der Winter zurückgekehrt. Hier eine Aufnahme von heute Morgen aus Günzburg auf gerade mal 465 Meter. Da tanzen die Flocken, die Dächer sind weiß. Die Regel, Winterreifen von O bis O, von Oktober bis Ostern, die passt dieses Jahr wohl nicht so ganz. Oberhalb 500 bis 600 Meter gab es im Süden stellenweise 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee. Ja, und das haben wir einem Tief zu verdanken. Zum einen hier über Skandinavien, da kommt die kalte Luft zu uns. Dann dieses Tief hier über dem Alpenraum, das bringt stellenweise diese Wolken nach Deutschland und eben im Süden auch die Schneefälle. Ja, und es bleibt auch kalt in den Nächten. Hier die Frühwerte von Donnerstagmorgen und da erwarten wir in weiten Teilen Temperaturen, die unter 0 Grad liegen. Das sind die Bereiche, die hier grün eingefärbt sind. Ja, dazu das Wetter in den kommenden Tagen weiterhin wechselhaft. Frühlingswetter scheint sich zunächst mal nicht einstellen zu wollen. Am Donnerstag und Freitag viele Wolken, immer wieder einzelne Schauer. Die Temperaturen erreichen dabei 7 bis 15 Grad am Donnerstag und 7 bis 17 Grad am Freitag. Auch der Samstag ist noch leicht wechselhaft, vor allen Dingen hier im Nordosten. Doch sonst kann sich schon die Sonne zeigen und es werden 8 bis 15 Grad erreicht. Ja, vom langen 1. Mai-Wochenende will ich es mal nennen. Da ist der Sonntag noch der schönste Tag. Da werden 10 bis 22 Grad erwartet, wobei die 22 Grad nur hier im Südwesten angepeilt werden. Dazu genüge mich aus Sonne und Wolken und ich bleibe den ganzen Tag trocken. Auch der Tanz in den Mai wird wahrscheinlich trocken ausfallen. Aber am 1. Mai selbst, Sie sehen es schon, da ziehen im Westen neue Regenwolken auf und die erreichen am Nachmittag dann auch den Osten. Die Temperaturen am 1. Mai dabei 10 bis 20 Grad, die höheren Werte vor dem Regen hier im Osten. Ja und die 1. Mai-Woche, die wird dann wahrscheinlich auch erstmal wechselhaft weitergehen und die Temperaturen gehen wieder unter die 20 Grad Marke zurück. Mit diesen Aussichten noch einen schönen Mittwoch. Tschüss, bis bald.